Ich hab' jetzt so Pisch! Zwei tot? Hab' alle. So, da sind zwei, drei müsst ihr noch irgendwo rumlaufen. Wieder. Zwei. Oder? Nein. Ein ganzes Team. Oder? Nein, es sind drei. Also drei Teams jetzt insgesamt noch. Sprich, ein Duo. Zwei Duos eigentlich. Entweder zwei Duos. Oder ein Duo und ein Solo. Irgendwo, da hätt' man geschossen. Jaja, da hab' ich auch grad was gesehen. Das wär' perfekt, wenn die gegeneinander kämpfen. Ich geh' mal gucken. Ich bin ja am schnellsten von uns allen. Nur mal das Ziel ist live. Was? Das ist so. Was? Also einer ist genockt. wo es kommt er doch er gar nicht wir haben nur noch einer schießt mal ein bisschen in die luft, vielleicht locken wir den an den typen suchen er ist wahrscheinlich wieder abgestürzt das internet mag ich halt nicht, Lara nein, wir sind in deutschland, das internet ist für uns alle Neuland ist der bei euch? kann das sein? ich hab aus eurer richtung Schüsse gehabt ich hab aus eurer richtung Schüsse ich hab das mit ihm ich hab das mit ihm ich hab das mit ihm von hinten aua ich steh im feuer von ganz dahinten? ja du fühlst 3 Jahre wanderung Marc jetzt gehts wieder aber ein hit na toll jetzt müssen wir auch noch zu denen in die richtung nein controller ist gleich leer fdk mit disbalanc nein der streamer ist schon wieder am lag ja ich weiß es hat ja auch das problem mit dem stream du müsstest gleich bei deiner verbindung her liegen ne bei mir läuft das komplett durch ja jetzt gehts aber auch wieder er soll einmal wieder rein du sollst einmal actualisieren da unten ist einer hat Hits bei mir gehts nicht also hast du weg gemacht ok internet macht meistens Auge immer im besten Moment mhm von ganz oben vom Berg so vielleicht ist die Sache nicht einfacher ja ja nimm mal schon das kann jetzt er ist hinter dir ja er ist hinter dir ich muss alles nachlaufen gibt gar nichts mit der Munition aber ein einer noch wir sollten glaube ich meinen riko wiederholen wenn du wo ein Bus da ist oder sollen wir die Runde schnell ohne ihn gewinnen wir sind Riko gucken wir mal ob er ein Bus da ist da kann sein nicht besser ist der Max ist ja der letzte und der ist dumm er verreckt am Fallschaden wie dumm kann man sein das hat der selbst Mark noch nicht mehr hingekriegt ja ich hab ihn ja angeschossen einer down wieder einer down oh mein Gott jetzt hat gerade mein Twitch sich auch aufgehangen ja sonst doch die Hände ja scheint Twitch verurteilen ernsthafte Probleme zu haben mit was? weil mein Twitch noch jetzt gerade auch nicht wo ich es selber sehe ja es ist bei mir auch grad na ja ich hab auch mal wieder Probleme zu haben ja man Twitch ich bin Kanalpunkte oh mein Gott ne gut momentan nicht wer ist Follower-Bot denn das? also heute ist echt ein toller Tag heute ist echt kein Twitch Tag sorry ja hieß halt eben so machst du nix guckst du nur Twitch hat heute keinen Bock auf dich oh mein Gott oh mein Gott jetzt hab ich auch nur angerufen kommen jetzt gehts wieder bei mir ich bin gleich da mal Alter Marco lass mich ich bin am Fortnite spielen Marc bleib stehen nö nö ich darf mich von dir einfach hin und her schmeißen nein ich wollte jetzt meine Kontaktdinsen zu finden meine Jüde immer meckern müssen oh danke bitte und hast du deine Kontaktdinsen gefunden? ja doch 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 die sehen ganz gut aus das ist doch prima wieder nur noch zwei ich hab hier von einem Steps gesehen hier ist einer hier ist einer ja ich seh'n da ja ich seh'n da ich hol' ihn ich hol' ihn schon Eppel hab ihn haben wir ihn dann fast gleichzeitig geholt echt? ja ich hab ihn angepasst und du hast ihn angepasst ja echt geil dann dachte ich so ich versteck mich jetzt in der Ecke dann sieht der mich nicht dann kann ich gewinnen nö Kopfschmerzen Hallo Leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts Turnbeutel Hoodies und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles wasCuat alles was ihr braucht alles was ihr braucht